Hi Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal IceCalvin. Heute bin ich alleine, wir zocken ein bisschen Duo Box Fights und ich habe einen Discord-Server erstellt. Ich habe mich die Nacht lang, die ganze Nacht, 5 Stunden hingesetzt, auch noch eine Stunde unter Tags dann. Also 4 Stunden nachts und eine Stunde unter Tags und habe einen Discord-Server gemacht, Leute. Ich verlinke euch den Link zu meinem Discord-Server in der Beschreibung und es würde mich freuen, wenn ihr kommt. Es war ein Heidenaufwand und ich mache auch Gewinnspiele, jetzt keine Geld-Gewinnspiele, aber ich verschenke in Fortnite Kronen zum Beispiel. Wenn ich eine habe, dann verschenke ich die auch gerne mal. Also, ich habe zur Zeit eine. Ich werde bis dahin keinen Normal-Monus mehr zocken, dass ich die nicht verliere, Leute. Und ich mache noch einen Kanal im Discord, wo ich Events mache, wo ich die dann verschenke. Und, ja man. Ja, würde mich freuen, wenn ihr kommt. Lasst gerne ein Abo und ein Like da. Let's go! Und da sind wir wieder, Leute. Ich habe hier schon ein bisschen gebaut, Mann. Und, ja man, wir müssen hier jetzt richtig reinschätzen, Mann, weil ich habe keinen Do-Mate. Leute, Mann, das ist ja scheiße. Ich bemängle das. Läger, Mann! Es leckt! Leute, es leckt, Leute. Es leckt komplett, Mann. Hier steht auch was bei mir, Mann. Das will ich nicht. Ja, gut, Mann. Jetzt ist es weg. Nice, Leute. Ich bin es halt so und wie, Mann, dass ich keinen Do-Mate habe, Leute. Ja, Mann. Ja, Leute, Mann. Dicker Mann. Leute, ich bin jetzt arg. Ich left diese Runde und, ähm, gehe dann nochmal in der richtigen Runde, Mann, wo ich dann auch einen Duo-Partner habe, Leute. Bis gleich. Und das immer wieder, Leute, wir haben jetzt hingewiesen, Mann, Paul und, äh, necknixin gejoint, Leute. Jetzt habe ich, äh, safe-Mate, man. Ganz genau, Leute. Baut doch da nix. Ja, kommt so mehr. Mach dazu. Achso, jetzt kann ich. Mach dazu. Nitto. Junge, Leute, Mann. Ah, ja, holt euch die, Mann. Oh, Mann. Alter, wer hat da auch digitiert? Sechziger? Digga, pass auf. Alle Seite, alle Seite. Werger, scheiß, Mann, scheiß, Mann. Werger, mach zu, mach zu. Steiger, Mann, scheiße, Mann. Leute, Mann, ich bin hart am Verrecken, Mann. Scheiß, Mann. Er macht es nur noch. Ja, mach doch zu. Ey, boxt mich nicht aus. Ja, ey, mach doch, ey, Frau. Komm her. Digga, ich bin noch, Mann. Beide bei mir, Mann. Beide bei mir, Leute. Scheiß, Mann, Leute. Nein, ich bin noch zu. Schade, Mann, Leute. Aber die schwitzen nicht richtig rein. Das heißt, der Kevin muss auch reinschwitzen. Ja, der Kevin will nicht springen lassen. Bruh, ganz genau, da hast du recht. Digga, Paul, lass es, Mann. Okay, dann bin ich einfach Paul gegen uns beide. Nein, ich bin es, Mann. Paul hat echt. Nö. Paul, Mann, lass es, Mann. Ich kaufe mir auch ein Motherboard und das läuft dann 24-7 durch. Ja, das Kunstmacher. Was ist dieser Motherboard? Das ist der Motherboard. Digga. Was ist dieser Motherboard? Motherboard. Wer, lass doch jetzt mal los. Oh, glaubst du, ich sehe die Necke. Hier, 20. Bei mir, bei mir, bei mir, bei mir, bei mir, bei mir, auch bei mir. Oh, wo bist denn du? Hier. Hier. Ich bin hart. Paul. Ah, Digga. Warum ich doch nicht einer, Paul? Der hat 100er kassiert von mir. Danke, Mann. Super, ist der, Mann. Hilf mir einer, doch. Auf Kevin. Digga, Mann. Ich konnte da keine Walls blazen, Mann. Ich kann keine Walls blazen, weil da schon überall auch medikierte Walls hand waren. Sehr mega, Mann. Danke, Mann. Erlieh euch doch wieder durch, Carrie. Ganz genau. Mann, Ohren habe ich genockt. Und einen habe ich in 1928. Paul, du bist hier der beste Spieler und hast dir da mit Ohrenkill, Alter. Ihr Wohrenkill, Mann. Das ist Samsung von 1999. Ja, ich bin nicht eingesprüht. Ich habe ewig kompletten. Ich bin auch nicht eingesprüht, Mann. Ich habe fünf Jahre kompletten. Ihr doch darüber. Weil jeder immer mal Wand packt, wenn ich die ziehe. So, jetzt lass die Wand. Ich habe Wand, ich lass die Wand, lass die Wand. Wenn ich durchgehe, Mann, Papi, Dirk, Mann. Digga, war nicht durchgehe, Mann. Paul, du und er haben ja dann gleich nichts gemacht. Ich bin immer das Software. Immer ich. Dirk, Dirk, Mann, pass auf, pass auf. Hä? Hä? Ich ziel auf ihn und gib ihm einen Schatz und er gibt nichts. Ich bin immer der, der wohl zuerst, dass stirbt. Ja, weil du immer das erste Mal rush. Ja, aber insgesamt zwei killt, Mann. Und den, den du killt hast. Ja, Kevin, hat mich geblockt. Den Feuertyp, nur den du killt hast, necklich, habe ich einen 185er geben. Ich schreibe mir. Ich zielt bei diesem roten Ritter auf den Körper. Nein. Gott, dann sagt nein. Nein, 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 nein. Ist kein hit. Ich zieh zu nur auf sein Schatz. Digga. Und dann kommt doch jetzt doch durch. Ja, du hast baut, Mann. Ich spiele hier. Ich spiele hier. Ich spiele hier. In der Sumba. Ich spiele hier. Oh, nein, okay, Mann. Ich spiele hier in, Mann. Ohne hinter mir. Stell dir. Ohne muss hier hin. Ja, ich hinter die, Mann. Ich bin drin. Den Olli, den Mann, Paul. Ohne hinter mir. Bei mir leckt alles, Mann. Ihr habt durchgehend 100er-Punkte. Digga, Mann, bei mir leckt alles. Leute, Mann. Bei mir leckt. Bei mir, Leutmann, bei mir. Mann, diese scheißrote Ritze. Bei mir leckt's, Mann. Doch, ihr, ihr gebt ihm an 8 und 6, ja? Ja, komm. Denka, Mann. Ja, du, Kevin. Bei mir leckt's, Mann. Ich hab mich hochgehangen. Ich hab mich da... Herr auf, Paul. Paul, her auf. Ich kick die gleich. Ja, mach doch. Paul, Mann, bitte. Ich bin... Och, Paul. Mach es noch einmal. Du hast gesagt, die soll ich so arbeiten. Ja, Kevin. Mir leckt's komplett auf, Mann. Ich habe mich... Ich habe... Denka. Ich habe ein... Ich habe mich hochgehangelt, diese Wand. Und ich bin wieder runter teleportiert worden, Mann. Du kunst, Paul, gern wieder reinlassen, wenn er den Scheiß nicht mehr macht. Mann. Das bin ich komplett aus dem Prinzip. Hallo, Mann. Herr, bitte auf, mein Paul. Danke. Andere Chats. Ja. Gehen wir in Gruppenkanal. Ja, oof. Leute, die haben wir weggeflext. Ja. Den einen nur wegen seinen Wecks, man. Aber gut, man. Oh, Digga, man. Die sind geläftet, man, Leute. Fällt den einfach mal bei, man, Leute. Ich nicht. Paul, es tut mir leid, man. Jetzt, die ganze Zeit, mein Handy. Ich verbinde mich, ohne, ohne Inter... Habt ihr das noch g'seng? Ihr habt die... Die waren zu dritt und ihr habt die easy weggekaut, man. die mann die verlosen wird dann gibt es heute ja nein du verlierst du sagen dass das verlost qualifizieren ich hoffe nicht einmal einen punkt hat immer sagen wir haben arena punkt ja 75 arena punkte alles überholen umdruck ja nur runden gespielt das ist schlecht in arena konnten kunst 200 punkte machen ja ja oder ich bin oder wir spielen sollen los es gibt da wurden wir auch wenn die liga nirgendwo ein er kann man mehr hat doch auch mit einem tag bei einer leise als nur noch diese endlich so ein Wurst das gute ich bin gleich wieder ein erländlich zurück die unendlich ich bin endlich es gibt so ein unendlich gegen mehr jetzt kommt doch bitte die mit den enden so hat die sprints und was jetzt kommen die gruppe dabei noch mal ich gebe ihn gleich wieder SEG-TRAKE KAMPIONER SEG-TRAKE KAMPIONER Wer ist Dragonlord? 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 Dragonlord? Ich schwitze ja richtig heim. Wat? Und damit würde ich sagen, das war's mit diesem Video. Ciao Leute!